Yo, Bro, siehst du das Girl da hinten? Oh, ist mir egal, Digga. Komm, wir trainieren jetzt vor dem Ball. Okay, chill, Bro. Aber, Digga, was ist eigentlich... Was denn? Nicht von Girls ablenken lassen oder so. Wir müssen jetzt den Session machen. Aber jetzt ein bisschen Krafttraining, okay? Hey, Bro, wir müssen heute Technik machen. Bro, ich sag, wir machen jetzt Kraft, okay? Okay. Okay, komm. 100! Okay, es reicht, es reicht, es reicht. Komm, mach mir Technik, komm. 1, 2, 3... Hier, Bro. Sorry, sorry. Sorry. Es tut mir leid, okay? Es kann etwas passieren beim Fußball. Ja, alles gut. Kann ich das. Willst du vielleicht mal mit mir ausgehen oder so? Ich habe einen Freund. Sorry. Wieso? Siehst du, das war ein Test, Bro. Du musst dich immer fokussieren auf Fußball, weißt du, was ich meine? Deswegen, es war sehr gut, dass sie jetzt Nein gesagt hat. Jetzt trainieren wir weiter, okay? Ich hab keinen Bock mehr, komm, lass gehen, lass gehen, komm. Hey, warum, Bro? Ich will einfach gehen, Bro. Warum, Bro? Oh, lass mich hin.